Stuttgart liest ein Buch. Machid de Moor. Sturmflut. Vom 14. bis 26. Mai 2012. Ja, Stuttgart liest ein Buch. Die Idee hat mich von Anfang an fasziniert, dass eine Aktion gestartet wird, in der eine Stadt sich mit einem Buch beschäftigt, in unterschiedlichster Form, sei es mit Veranstaltungen, mit Lesen, mit Lesekreisen, mit Konzerten und allem Möglichen. Warum Margret de Moor und nicht irgendwie ein Stuttgart-Buch? Ich finde, Margret de Moor hat einen sehr spannenden, sehr gut lesbaren Roman geschrieben, der unglaublich spannende Themen hat. Das Thema Identität, das Thema Naturgewalten, das Thema Schwestern- oder Geschwisterkonflikt, könnte man es auch nennen. Das gibt unheimlich viel her, um sich zu diskutieren, um Vorträge zu machen oder Veranstaltungen. Ich bin sehr gespannt und freue mich, wenn auch Sie Stuttgart liest ein Buch mitmachen. Stuttgart liest ein Buch. Lesen Sie mit. Alle Infos und Termine unter www.stuttgartliesteinbuch.de